Ihr Leute, in diesem Video erfähl ich euch die Nachgeschichte. Wie zum Beispiel, warum da die Kinder tötet. Also, also bleib über. Und ja. Also, wir wissen ja alle, dass das nach eins, nach vier spielt. Also. So, ist was hier. Ähm, es waren diese vier, mal diese vier Kinder. Ja, die haben so einen Freddy, Chica, Moxie und Bunny seinen Kopf aufgezogen oder als Masker. Und einen kleinen Schreck. Und ja. Ohne Dessel und also die haben dann nämlich in Fredbear, also in der, also in Fredbear, also in den Kopf, als Opfer, seinen Kopf in Fredbear gestrickt. Und dann wurde der Kopf einfach gemacht. Und ja. Puppet war richtig traurig. Das waren Fantasien. Und deswegen, ähm, wollte nur Rache geben. Also, er hat die Kinder getötet, um Rache zu geben. Und ja. Nach eins. Er hat die, er hat die Kinder in, also, hat Puppet in den Kopf gestoppt. Puppet, es war die toten Kinder, gab sie in Geschenken. Also, er konnte nicht realisieren, dass sie tot sind. Deswegen hat er sie in die Kostüme gesteckt. Und ja. Das war der erste Teil. Im zweiten Teil kommt, wieso sie uns erschrecken wollen. Oder er hat gesagt, wieso sie uns trüben wollen. Puppet ist tot. Und ja. Und dann war es auch nicht. Ciao, Leute. Und nach zwei kommt Adele. Ich war auch noch im dritten Teil. Ciao. Ciao.